Jetzt sehe ich aber das dritte Boot. Ganz rechts. Das ist richtig, was du bist auf dem Kanal. Drei Boote fassen gleich auf. Jedenfalls sieht es von hier aus so aus. Elf, zwölf und dreizehn. Möglicherweise liegt das Boot in der Mitte. Team Leben Leben 1 leicht vorne. Ein, zwei, drei. Vielen Dank.